Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem YouTube-IT-Kanal. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In diesem Video zeige ich euch mal dieses Notebook. Das hat ein Problem mit dem Display. Das Display bleibt schwarz, wenn man es einschaltet. Sonst scheint hier alles zu funktionieren. Die Lichter gehen an und er bootet auch von der Festplatte. Aber hier gibt es kein Bild und wenn, dann kann man das nur ganz verschwommen und unscharf erkennen. Das Notebook ist jetzt komplett ausgeschaltet und hier unten leuchtet auch keine LED. Ich schalte es hier oben mal ein und da muss man mal auf den Bildschirm gucken. Der zuckt ab und zu mal ganz kurz und hier unten leuchten ganz normal die Lichter. Nach dem Einschalten hat der Bildschirm zweimal ganz kurz geflackert. Ich habe dann F2 gedrückt, um bei dem Notebook ins BIOS zu gehen und das Notebook ist auch jetzt im BIOS. Nur man sieht das hier auf dem Bildschirm nicht oder ganz schlecht. Da ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen und wenn man hier mit so einer Lampe so seitlich reinfällt, leuchtet, dann kann man das BIOS erkennen. Um das zu erkennen, muss man sich neben das Display stellen und mit einer Lampe hier von oben reinleuchten und dann sieht man auch die Buchstaben, die das BIOS hier anzeigt. Hier jetzt nochmal in der Nahaufnahme und das ist das BIOS und da kann ich dann verschiedene Einstellungen drin vornehmen. Hier hat man also ein funktionierendes Notebook mit einem defekten Display. Das Display selber ist aber auch nur teilweise defekt. Das ist also in der Lage hier die einzelnen Pixel darzustellen und die einzelnen Buchstaben. Aber die Hintergrundbeleuchtung ist ausgefallen, die ist defekt. Diese Hintergrundbeleuchtung, die besteht entweder aus LEDs, so hat man das heute, oder früher waren das so kleine Leuchtstoffröhren, die waren dann hier oben und hier unten drin. Ich kann das Notebook jetzt mal zur weiteren Überprüfung an so einen externen Monitor anschließen, hier mit so einem VGA-Stecker oder mit einem HDMI-Stecker, je nachdem was euer Notebook hat. Das funktioniert aber auch nicht immer und vor allem auch nicht dann, wenn das Windows nicht richtig hochfährt. Da zeige ich gleich mal, wie das geht. Guckt mir vor aber nochmal das Display an. Hier habe ich so ein Alternativ-Display für so ein Notebook und das passt also genau hier rein, wie man sieht. Und wenn man sich das mal von hinten anschaut, dann sieht man einmal hier viel weiß, das ist alles Plastik. Hier unten ist die Platine und hier wird das dran angeschlossen. Das hier ist das Display einmal rumgedreht, also hier ist oben und hier ist unten. Und hier oben ist nochmal so eine Blechabdeckung, die habe ich schon mal abgemacht, das ist Metall. Und dann sieht man jetzt hier so einen leicht dunkleren Streifen und das ist die Hintergrundbeleuchtung für dieses Display. Hier ist der Stecker. An diesen Stecker wird die Grafikkarte des Notebooks an das Display angeschlossen. Das ist auch der einzige Stecker, sonst gibt es da keine anderen. Da kommen also einmal der Strom und die Daten hier an und hier ist die Platine, die das ganze Display hier verwaltet. Und hier sieht man so ein kleines Kabel, das ist zweiartig. Das geht von der Platine hier hoch, also wie gesagt, hier ist oben an dem Display. Und dann kann man das hier mal so ein bisschen wegbiegen. Das habe ich alles schon mal hier gelockert und aufgemacht. Und hier sieht man die LED-Beleuchtung. Da ist hier zum Beispiel eine und hier. Insgesamt gibt es hier vier kleine LED-Lämpchen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Die sind hinten auf so einer Folie festgemacht. Das ist also nur eine Plastikfolie. Und die scheinen hier in diese kleine Plexiglasscheibe. Die ist hinter den Pixeln, hinter dem Display. Das ist also jetzt das Display in der Nahaufnahme. Hier oben ist dieses kleine LED-Lämpchen. Und das scheint hier in diese Plexiglasscheibe rein, in diese Kerbe. Und diese Plexiglasscheibe ist ungefähr so ein bis zwei Millimeter dick. Und die Scheibe selber, die ist durchsichtig. Also das sieht man hier ganz gut. Und damit das Licht gleichmäßig verteilt wird, ist danach nochmal so eine kleine Folie. Das ist eine weiße Folie. Danach kommen nochmal verschiedene Folien. Das sind Farb- und Polarisationsfilter. Und hier vorne gibt es dann nochmal eine Scheibe. An der oberen Seite kann man also quasi nichts reparieren. Da gibt es nur diese LEDs. Und ich schaue hier unten nochmal die Seite an mit der Platine drauf. Hier am unteren Ende des Displays ist die Platine. Und da ist nochmal so eine Folie drüber. Die ist ein bisschen festgeklebt. Die habe ich schon mal ein bisschen abgemacht. Da kommt man hier an die Platine dran. Die Platine selber, die ist nur auf der Vorderseite bestückt. Also hier hinten ist gar nichts drunter. Und ich schneide mal hier dieses Kabel zur Hintergrundbeleuchtung durch. Jetzt ist das Display natürlich kaputt. Aber das war es vorher auch schon. Insofern kann man das mal auseinander nehmen. Und so sieht die Platine von hinten aus. Da ist also nichts drauf. Hier unten sind drei Flachbandkabeln. Die gehen von der Platine in das Display rein. Und ich nehme das Display mal hier aus diesem Metallrahmen raus. Jetzt habe ich also zwei Teile. Einmal hier den Hintergrund, die Hintergrundbeleuchtung und hier die Plexiglasscheibe. Und das ist hier so ein bisschen silbern, damit das Licht besser reflektiert wird. Und dann habe ich hier das Display mit der Elektronik. Das sieht dann so aus. Dieses Display, was ich hier auseinander gebaut habe, das war vorher schon kaputt. Und das sieht man auch hier sehr deutlich. Das ist hier zersprungen. Da ist wahrscheinlich mal was auf den Bildschirm draufgefallen. Und was man noch sieht, man kann hier praktisch nichts reparieren. Das ist einmal verpresst. Das ist vergossen. Da hat es hier die Elektronik. Die geht mit diesen Flachbandkabeln hier in dieses Display rein, um die einzelnen Pixel darzustellen. Und da kann man nichts austauschen. Also wenn so ein Display kaputt ist, dann muss man das komplett wechseln. Das hier ist dann ein modernes Display, wie das in heutigen Notebooks drin ist. Und hier habe ich noch ein Alternativdisplay. Das ist eins, wie es früher drin war. Das arbeitet noch mit einem Inverter. Dieses alte Display ist prinzipiell genauso aufgebaut, wie das andere neue, was wir eben gesehen haben. Da hat es einmal hier das Display selber. Und hier oben ist dann die Platine, die Steuerplatine, die diese einzelnen Pixel darstellt. Und hier ist das Anschlusskabel. Das geht runter dann an das Mainboard. Diese älteren Notebook-Displays, die hatten keine LED-Hintergrundbeleuchtung, wie wir es jetzt eben hier gesehen haben. Sondern die haben noch mit Leuchtstoffröhren gearbeitet. Da war dann entweder ein oder zwei Leuchtstoffröhren drin. Die sind einmal hier oben und dann hier unten. Oder entweder oder. Um diese Leuchtstoffröhren zu betreiben, braucht man noch so einen Inverter. Den findet man in vielen Notebooks noch. Oder in älteren vor allem. Und der Inverter, der sieht so aus. Der kann auch kaputt gehen und dann kann man den austauschen. Dieser Inverter, der konvertiert Strom. Und zwar meistens so von 10 oder 15 Volt Gleichspannung hoch auf 600 bis 700 Volt. Um diese kleinen Leuchtstoffröhren, die jetzt hier verklebt drin sind, zu betreiben. Dass die dann auch leuchten. Und der hat eine eigene Stromversorgung. Das ist dieses zweite Kabel hier. Das geht dann hier an den Inverter ran. Und manchmal gehen diese Inverter kaputt. Und die kann man auch im Internet einzeln nachkaufen. Wenn man so einen Inverter austauschen möchte, dann braucht man genau den gleichen Inverter passend für das entsprechende Display. Da muss man genau schauen, welchen man da hat. Muss man das ausbauen? So wie jetzt hier. Muss diese Nummern da sich raussuchen und muss sich einen passenden Inverter im Internet suchen. Lohnen tut sich das allerdings irgendwie auch nicht mehr so richtig. Wenn ihr tatsächlich noch ein älteres Notebook habt, dann kostet so ein Inverter meistens 10, 20 Euro. So komplett neue Displays in dieser Größe, wie sie hier drüben sind oder sowas auch, die liegen zwischen 50 und 100 Euro. Manchmal auch teurer, je nachdem wie groß das ist. Und es kann natürlich immer sein, dass hier ein Teil der Elektronik kaputt ist oder vielleicht ist irgendwas hier abgerissen, ein Kabel gebrochen. Und da ist es natürlich immer sinnvoller. Man kauft sich eigentlich gleich ein neues Display. Wenn ihr ein Display habt mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung und das sind die meisten mittlerweile, eigentlich fast alle, dann hat es hier auch gar keinen Inverter. Dann kann man da auch natürlich keinen austauschen. Dann braucht man sowieso ein neues Display. Bevor man sich da jetzt ein neues Display kauft für das Notebook, sollte man erstmal ausprobieren, ob das Notebook selber mit einem externen Monitor funktioniert. Da habe ich jetzt mal hier den Stecker herangesteckt und schalte es mal ein. Bei den meisten Notebooks wird dann direkt auf dem externen Monitor ein Bild angezeigt. Das ist hier bei dem Modell und bei einigen anderen aber nicht der Fall. Und wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann liegt es am BIOS. Also nochmal, wenn ihr einen externen Monitorstecker hier dran steckt, HDMI oder VGA oder auch DVI, schaltet das Notebook dann ein. Dann ist es bei den meisten Notebooks so, dass die direkten Bildanzeigen auf dem externen Monitor, manche auf dem internen und dem externen, manche nur auf dem externen. Bei dem ist es aber anders. Da muss man diesen externen Monitor erst aktivieren, entweder über Windows, das geht natürlich schlecht, man sieht ja hier gar nichts, oder über das BIOS. Da habe ich eben mal beim Einschalten auf F2 gedrückt. Jetzt wird das BIOS angezeigt und jetzt muss man unter zur Hilfenahmung von der Taschenlampe das tatsächlich einstellen. Neben so einer Lampe braucht man auch ein bisschen Fantasie, um sich hier im BIOS ein bisschen zurechtzufinden. Und wenn man hier rein leuchtet, dann kann man das ganz gut lesen, wenn man nebendran steht. Im Video sieht man das nicht so gut, also das Video bildet das nicht so gut ab, wie wenn man da direkt daneben steht. Ich bin jetzt hier im BIOS-Menü drin und da gibt es einen Punkt, der heißt hier Boot Display. Das ist hier auf LCD eingestellt und das ändere ich mal auf CRT. Ich habe das jetzt mal geändert auf CRT, also auf normalen Monitor, damit ist hier dieses Kabel gemeint. Und wenn man jetzt mal hier sich den Bildschirm anschaut, da sieht man auch so eine weiße Schattierung. Jetzt kann man das auch ganz gut lesen. Und jetzt speichere ich das BIOS ab und boote mal neu. So, jetzt habe ich mal neu gebootet und hatte das vorher geändert auf CRT-Monitor. Damit ist hier der externe Monitor gemeint und jetzt zeigt das Notebook auch ein Bild an. Jetzt kann man das BIOS auch mal hier mit der Kamera aufnehmen und zwar gibt es hier bei einigen BIOS-Versionen so einen Menüpunkt, der heißt Boot Display. Der ist jetzt hier auf Auto eingestellt. Dann sucht er sich automatisch einen Bildschirm. Wenn er den extern findet, dann nimmt er den zuerst. Und da gibt es bei diesem BIOS die Möglichkeit Auto oder LCD. Manchmal heißt es auch intern oder extern. Das müsst ihr entsprechend einstellen, sodass der Monitor hier aktiviert wird. Jetzt kann ich hier von der Boot CD booten. Das ist die Ultimate Boot CD und da kann ich mir hier so ein System aussuchen. Da kann ich das Notebook mal hochfahren und die Grafik mal testen. Ich habe hier mal von der Ultimate Boot CD gebootet und das ist so ein Linux, was hier gestartet ist. Da sind verschiedene Testprogramme dabei. Da kann man das Notebook jetzt mit testen. Wenn man nur die Grafikkarte testen will, dann reicht es eigentlich auch, wenn man das ein paar Stunden so laufen lässt und wenn das nicht abstürzt oder hier keine Punkte sind oder nichts grisselt oder keine Verschiebungen auf dem Bildschirm sind, dann ist die Grafikkarte von dem Notebook schon mal okay. Dann hat die keinen Schaden. Dann reicht es, wenn man das Display hier auswechselt. Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein Display hier ausbaut und austauscht und vor allem auch, wie man ein passendes im Internet findet und bestellt, da blende ich hier oben mal ein Video ein. Da wird es dann gezeigt. Oder ihr geht auf die Seite tooltime.de und guckt unten mal in der YouTube Videobeschreibung. Da gibt es auch den Link auf diese Seite. Da gibt es einen Artikel, da wird gezeigt, wie man das ausbaut, wie man das richtige passende Display findet, bestellt und auch wieder einbaut. Fazit ist also, wenn euer Notebook-Display kaputt ist, dann sollte man das tauschen. Da gibt es entweder die neuen Displays ohne Inverter, die kriegt man eh nur an einem Stück, das baut man am besten direkt um, oder es gibt diese Displays mit Inverter, die sind eigentlich veraltet. Das Austauschen von dem Inverter selber, das ist auch mal so ein bisschen riskant, das lohnt sich auch finanziell meistens nicht. Da sollte man auch ein neues Display kaufen. Wenn euer Notebook-Display schwarz bleibt und euer externer Monitor, den ihr hier angesteckt habt, auch, dann müsst ihr das bei vielen Notebooks im BIOS umstellen. Bei einigen Notebooks funktionieren auch diese Tasten, diese Funktionstasten. Hier sind zum Beispiel Fn und F4 zum Umschalten. Bei manchen funktioniert das aber auch nicht. Das hängt immer vom Notebook ab, kann man nie vorhersagen. Meistens funktionieren diese Tasten nur unter Windows. Hier bei diesem Notebook gibt es hier die Funktionstaste und hier gibt es die Taste F4 und die Taste F3. Da kann man das Display umschalten oder ausschalten. Die funktioniert aber gar nicht hier. Da muss erst das Windows gestartet werden und das Windows fragt diese Tasten ab. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ja, gebt ihm einfach einen Daumen hoch und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die einfach unten in die YouTube-Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Guckt einfach mal unten in die YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zu diesem Artikel auf die Seite tooltime.de. Da findet ihr noch weitere Bilder, Tipps und Tricks, Fotos und noch ein paar Infos. Schaut euch einfach mal um auf der Seite tooltime.de. Da findet ihr noch hunderte andere Artikel und Videos zum Thema IT, zum Thema Handy, wie man Drucker repariert oder Notebooks auseinanderbaut, wie man Windows 10 installiert. Da sind mit Sicherheit auch noch jede Menge Sachen für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann wird das. Und dann wird das. Ich würde mich freuen, Und dann sind die Schnabel. Wenn es nicht mehr so ist, Und dann fällt mir das. Ja,